Das Kätzchen ist leider abgebrochen durch die Jägerzaun. Als sie mich gesehen hat, dann kommt auch noch ein Auto entgegen. Aber wenn hier kein Gehweg ist, kann ich auch nichts machen. Naja, es ist ganz schön windig, aber trotzdem schön, wenn die Sonne rauskommt. Ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich habe ein paar Schachspiele gewonnen. Ich mache ja nur zwischen 20 und 30 Minuten die ganze Partie. Also Schnellschach, die ewig lang mache ich nicht und blitzen kann ich nicht mehr wegen meiner Sehstörung. Blitzen mache ich sonst ganz gut eine Minute das ganze Spiel. Aber durch die Sehstörung kann ich das leider nicht mehr. Aber, und klavier auch nicht mehr so. Aber es ist nicht so schön, jetzt machen wir mal nur, der Wind ist ja schon das himmlische Kind. Der Wind, das himmlische Kind, so heißt es in einem Lied. Und sie sehen den schön wolkigen Himmel. Heiter bis wolkig. Ja, jetzt habe ich nichts Gescheites geschwätzt. Ich habe ja noch Gäste heute. Und jetzt war jemand bei meiner Frau, da ging es auch heiß her. Ich glaube, das war auch politisch motiviert, dieser Diskurs. Also ich höre einer Partei an, die natürlich, sagen wir mal, in einer bestimmten Wählergunst liegt, aber oftmals doch sehr bekämpft wird, gerade von den Besitzenden. Also, das habe ich gemerkt. Ich meine, es gibt ja auch diese Feindesliebe zwischen Grünen und AfD, was ich nie verstanden habe, warum das so ist. Und vielleicht zwischen Linken und CDU ist das so ähnlich. Der war nicht schlecht, der ist von mir nämlich. Also, ich habe hier nichts Inhaltliches zu bieten. Das ist heute Abend dran und morgen Abend dran. Wie Sie wissen, beginnt ja jetzt der Wahlkampf. Und ich habe mich da schon immer ein bisschen geäußert. Und dann kann man das mal ein bisschen beobachten, was da zu tun ist. Ich habe auch eine Einladung schon bekommen. Was das ist, möchte ich hier nicht öffentlich sagen. Aber da müssen wir erstmal drüber nachdenken und im Vorstand beschließen, was wir da machen. Ob wir dem nachkommen oder nicht. Wir haben ja eigene Veranstaltungen, aber da war ein anderes Angebot da. Und da müssen wir erstmal drüber beraten. Und dann machst die Magぽ unruhe. Und dann können wir uns dann wieder einmal kurz, was wir machen. Und dann können wir sehen.